Ja, ich bin direkt down. Hauptsache, Trimer ist wieder umgebracht. Was mache ich hier? Ey, Gnu, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, man. Wirklich nicht. Nein, Junge! Wie lange habe ich kein Fortnite gespielt? Das ist natürlich eine ganz wilde Nummer hier. Aber für den guten Zweck machen wir das doch gerne hier rein. Und Lukas, wie war dein Tag bis dato? Ist mir zu privat. Meinst du, wir lernen heute Standardskill kennen? Ich will es mal hoffen. Ich kann es mal hoffen, mit mir zu reden. Herr Lukas, ich genieße das hier gerade voll. Hallo? Hallo? Ja, man hört sich gut. Da ist Trimax, Leute. Sau hässlich. Alles normal. Einmal Chef Drobel zeigen? Nein. Das ist gerade mein Bildschirm, Leute. Servus, ich bin's, Travis Scott. Vielleicht kennt ihr mich aus dem ein oder anderen coolen Musikvideo. Ja, mega. Nee, es geht nicht. Ich kann mich nicht selber küssen, oder? Geil, Alter. Wie geil. Ich kann mich selber küssen. Hallo, schöne Dame. Sind Sie öfters hier? Ach. Manchmal? Na gut, dann. Na? Wie geht's so? Sag mal, Max, was können wir euch öfter mal machen? Mal FaceTime, oder? Mal so ein bisschen einfach reden. Einfach so. Unnormal cringe die Situation. Genau. Dafür bin ich hier. Ja? Zeig mal deinen Bart. Ja? Zeig mal deinen Bart. Boah, ich lieb das hier. Das Städteduell, Leute, wird im Agency stattfinden. Und das heißt, nirgendwo anders wird gelandet, nur auf der Agency. Nur auf der Agency. Ihr habt's gehört, wir haben's nochmal gesagt. Nur auf der Agency. Letztes Mal was? Darf ich kurz was fragen? Nein. Kann man in der Agency bauen? Gibt's da irgendwelche besonderen Regeln? Also, ich hab eine lange Menge... Nein, soll ich auch noch einen kleinen Joker droppen? Ja. Mach. Hä? Ich geb euch einen Tipp. Angelt vielleicht ein paar Fische, wenn die Zone kommt. Ah, ja. Und, äh, wir sehen uns ja gleich. Wir sehen uns gleich in-game. Aufkorrekt! Als Streamer und YouTuber dürfen wir jetzt hier nicht verlieren. Digga, wir werden verlieren. Junge, Robin Haag ist eine Maschine in allem, was Sport angeht. Digga, der hat mir auf Instagram geschrieben, bleib weg von mir. Was? Ja, Digga, komm. Ich bin aufgeregt. Let's go, Tilted. Mal Corvaro, let's go. Wir gehen Tilted, oder Jungs? Ja. Betritt er C.A. Ich war noch nie da. Das ist aber geil. Einer macht meine Taktik. Einer macht meine Taktik. Wir sind bei dem Keller. Na toll. Ja, ich bin direkt down. Von Klostermann, der hat 5 HP. Ich hatte eine Shotgun. Ich bin raus. Streamsniper. Ganz klarer Streamsniper. Was machen die da? Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Er ist in die Telefonseite gegangen. Auf einmal ganz anderer Skin. Was ist das? Wie kann man sowas denn nicht wissen, Junge? Trimax lebt noch. Trimax? Was? Angeblich lebt Trimax noch. Trif, der camp in irgendein Busch oder so. Ja, ja. Ganz wild, dass er diese Mechanics auch kennt. Ich weiß das alles gar nicht, ne? Digga, er ist S. Krass. Digga, der ist komplett stacked up, Alter. Ah, okay. Ist keine Bennygun drin, leider. Digga, der hat jetzt schon gewonnen. Kann sein, dass sein Einges wird. Und dann rennt er irgendwo über Trimax vorbei. Trimax in der Kiste. Zwei Headshots, der ist down. Das könnte passieren. Digga, er tritt komplett durch. Oh, wenn er das jetzt riecht, Digga. Das ist doch der Karton, wo er gerade ist. Ja. Woher wusste er das? Oh, oh, oh. Und da ist der Win, Digga. Aach, du Sch***er, Digga. Wer war das, wer war das im Paket? Das Karton? Ja, Digga, wer, wer soll das gewinnen? Trimax war das. Trimax? So, hallo, also jetzt passt mal auf, lasst jetzt mal nicht alle in Zolti landen, auch wenn alle sagen, wir müssen in Zolti landen, ne? Lass einfach, guck mal, bis wohin geht's Zolti-Spring? Richtig am Rand, Emo. Wir tun so, wenn wir zusammenspielen, wir sind Gegner, man, sind wir dumm eigentlich? Ähm, ja. Ey, ich bin in diesem einen Haus. Ey, Travis Scott, hör auf! Oh, ich hab Trimace gekillt. So, und jetzt? Jetzt wird's gechillt. Nein, wer war das? Wieso hab ich gechockt? Ah! Boah, Max, ey, schlecht gespielt, man, wirklich. Junge, das hast du da einfach ne Shotgun, Alter. Nein, kannst dich damit nicht rausreden, hast einfach reingeschissen wieder, Max. Und das ist traurig, weil du spielst wirklich noch sehr viel. So, jetzt gibt's die erste Quizrunde. Was können die Leute sich verdienen mit der Quizrunde? Was können sie machen? Geld können sie sich verdienen. Ohne Entegeld, oder? Jetzt könnt ihr da draußen, ja, also mit ihr meine ich euch acht da draußen, ihr könnt damit extra Kohle verdienen für den guten Zweck. Baby, nicht für dich und deine Immobilien, sondern für den guten Zweck. Aha, okay. Warte, ich mach kurz Google auf, dann können wir loslegen. Pro richtige Frage können nochmal 4.000 Euro erspielt werden. Oha! 4.000 Euro. Das ist krass. Pro Frage 500 Euro. Also Leute, strengt euch an, ne? Wir sind durch. 4.000 Euro. 4.000 Euro. Er spielt. Für sie. Weltklasse. Die nächste ist du's. Die nächste ist du's. Ist das jetzt du's? Die du's, ja. Ich muss ja mit Gnu zusammenspielen. Ganz genau. Wo ist die denn? Viel Glück. Wir müssen den Tresor öffnen, ne? Ach echt? Ja, darum geht's doch, oder? Ich hab, ich weiß nicht. Ja, warte mal. Ich seh's doch. Ich freu mich auch echt nochmal, Fortnite zu spielen mit dir, ne? Ja, das mag ich sehr. Hör mal, wie viel Spaß gemacht, weil du so gut warst. Durch das obere Loch und dann die rechte Tür, dann nochmal rechts und dann den Stromkasten zerstören, okay. Durch das obere Loch, okay, machen wir. Sammeln wir dadurch irgendwas ein? Dann in die rechte Tür, danach nochmal, warte mal. Hier rein. Hier sind noch Leute, hier sind noch Leute, hier sind noch Leute, Gnu. Ja, rechts. Und nochmal rechts. Und nochmal rechts. Hier rein. Ja, ich komm mir nicht, ich komm mir erstmal nicht rein. Ah, Digga, keine Waffe, gar nichts. Ja, Digga. Ja, der war's ja nicht gekült. Ey. RIP. Ich hab mit gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich raff hier nichts mehr. Ich hab so lange keinen Fortnite mehr gespielt, Mann. Digga, ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich lauf da irgendwo rum, alle schreien mir im Chat an, mach den Tresor. Ich steh da wohl vor, ihr habt keinen Plan, Alter. Kommt Robin Hack mit der Spitzhackehaut dran, weil ich trau, ich bin tot. Junge. Ja, nice. Junge, wir waren, ey, wir hätten easy geworden, Alter. Wir waren die ersten eigentlich so knackig. Oh, da ist ganz wild geworden, Alter, was ist da los? Würdest du eine Frau daten, die so zu dir ankommt? Würdest du's machen? Und dann würde ich ihr den Losertanz zeigen und abhauen. Ja, komm, wir springen jetzt auch raus. Hier da oben, nach hier. Glaub, da ist auch ein Tresor. Ich glaube, ich weiß es nicht, ne? Da kommen ganz viele. Genau das wollten wir doch. Zwei andere Teams. Genau das wollten wir doch, oder? Dann haben wir wenigstens bisschen Action, weißt? Wenn wir hier unten kommen, wir gehen zum Gang. Oh, oh, was ist das hier? Was ist das hier für Laserstrahlung? Hilfe. Oh, ich hab ne Karte. Ich hab Karte genockt. Ist hier, wo die Tresoren sind? Oh nein, er hat mich hat... Oh, Digger. Ich revive dich. Auch mich können sie dich eh mehr verlassen. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, was das hier alles ist, ne? Was ist das hier? Tu's einfach. Geh rein. Stell keine Fragen. Ich hab grad einen Erfolg bekommen, dass ich das einmal gemacht hab. Rewi, kann es sein, dass die alle wechseln? Wir müssen in die Zone. Rewi, müssen in die Zone. Rewi. Wir werden ein erbärmliches Zonentot erleiden. Ist dir das bewusst? Nein, werden wir nicht. Ich glaub, wir sind hier weg, oder? Danke, die Corona-Ficht. Es ist vorbei, meine Leute. Nee, es ist vorbei. Hauptsache, Trimax wieder umgebracht. Also jetzt nochmal Tresor finden. Also der, der den ersten Tresor öffnet, hat gewonnen. Mhm, genau. Läuft diese Bohrinsel hier aus? Ja, so wie ich. Gnu, ganz falsch. Ganz falsch. Sogar sagt man nicht. Wie fliegt man Helikopter? Wie fliegt man den? Ich weiß es nicht. Wie steig ich hoch? Was mach ich hier? Aufstehen! Ich bin raus. Boah, Alter! Rewi! Ey, Gnu, ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, Mann. Wirklich nicht. Komm zu mir, Rewi. Habt ihr genockt. Der ist der Boss. Ja, sehr gut. Töte sich. Was hab ich jetzt davon? Äh, da läuft gerade noch jemand runter, Rewi. Da ist jemand vor dir. Die holt den. Könnt ihr mich bitte mieten? Vorsicht, der ist hinter dir. Nein, du läufst da genau hin. Nein, genau. Sorry! Ey, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss, Chat. Wirklich nicht. Nächstes Mal spiel ich nicht mehr mit bei sowas, wo ich keine Ahnung hab. Digga, ich hab keine Ahnung, was bei Fortnite gerade passiert. Irgendwelche Karten, Endgegner, irgendwas, Digga. Warte, Chat, ich leg kurz meine Facebook über die von der Vive. Kann man dich eigentlich noch auf Ebay als Butler steigen? Nee, das ist leider schon weg. Ich wurde ja ersteigert von einem jungen Unternehmer aus Köln. Was hat der mit dir gemacht? Für einen Euro hab ich ihn ersteigert auf Ebay. Hamie, mein Süßer. Hallo, hallo. Haben wir dich jetzt da zugerufen, weil wir einen Carry brauchen? Ihr habt mich gerade gewonnen, ja. Wir haben dich gerade als Joker... Du warst der Joker? Ich war der Joker. Oh! Wieso kriegen wir denn keinen anständigen Spieler, Junge? Und wir spielen gleich Gruppenkeile haben, das weißt du, ne? Da geht's quasi nur darum, wer am Ende die meisten Kills hat und am schnellsten den... Ja, man muss einfach All-In gehen. Einfach mehr Kills machen als sterben und dann ist es easy. Ich glaub, die Zone geht halt rechts. Lass mal Lazy Lake alle gehen, oder? Ja, lass alle Lazy. Wir können direkt zur Mitte schwimmen. Das geht schnell. Äh, das war krass. Wollah, wie steuert man diese Boote, ja? Erst bei denen ein Gegner raus. 9 zu 8. Ah, nee, stimmt, wir haben ihn. Hat einen 60er, hat einen 60er von mir. Crush. Nice, das soll du kosten. Ich baller mit Boot drauf. Von der Brücke einer. Uff. Einfach nur Uff. Einfach nur Uff. Nice. Nice, sehr schön. Habt ihr einen Zippel? Kick mal, kick mal. Die landet irgendwo einer. Die landen, oben. Ist tot. Nice, sehr geil. Schön. Was zusammenbleiben? Hat bei mir richtig passiert. Der ist bei dir oben, Hami. Er kommt jetzt hoch. Er ist nur ein Stück runter. Böö, Digga, let's go. Da, Kim, so holen wir das Ding. So holen wir das. Immer zusammenbleiben, immer zusammenbleiben. Hab einen down, Robin, Huck ist down. Bush tot. Einer rush tot. Sehr gut, sehr gut. Einer haut ab. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Let's go, schön, Digga. Einer kommt mit dem Gleiter von hinten. 3,30. Ja. Hier oben drauf. Minus 70. Ja, Digga, er hat mich geholt, alter. Ehrenlos. Alter, er landet hinter mir. Geht klar. Hab ihn. Hab ihn. Ich kann nichts machen. Ja, ich hab ein bisschen. Kannst du mir kommen? Ich hab die ganze Zeit 5 HP. Ich kann ja auch Bendy Gun geben. Wo bist du? Wo bist du? Über dir, genau über dir. Fahr, Digga, nein! Sinten, er holt mich die ganze Zeit weg, Alter. 2 auf mich, lol. Nein, Junge! Direkt unter. Timo Werner da oben. Ja, was ist auf! Jungs, ich hab ihn 69 gegeben. Der Schuttgart in den Kopf. Und der verreckt mich los. Oh, holy. Sydney einfach oben drauf gelandet und uns beide geholt. Oh, mein Gott! Digga, zwei Leute unten. Ihr müsst mit runterkommen. Kommt mit runter. Kommt mit runter. Aber wir sind wieder ganz oben. Oh mein Gott, wir sind nicht behindert, Alter. Komm, let's go. Das haben wir. Ganz oben. Wir halten oben, Leute. Kommt hoch. Wir halten oben. Wie viele Kills habt ihr? 40. Äh, 9. 9. 40. Dafür haben ich. 10. 10. 10. Ja, Digga, ich hab 17. Kills. Und wir gewonnen haben alle. Im Endeffekt. Im Endeffekt haben wir alle gewonnen, weil wir haben was für den guten Schritt gefahren. Schön gesagt. Offizielle Summe ist ready. Offizielle Summe ist gerade ready. Was haben wir uns gerade gesagt? Trommelwürdig. Krass, krass, krass. Was? Eigentlich eine krasse Summe. Muss man wirklich sagen. Das ist nur ein Zwischenstand. Hä? Der Zwischenstand. Circa 92.000 Euro. Plus nochmal die ganzen Donations. Junge, Junge, Junge. Genau, es geht noch weiter. Das ist für ihn danach nicht vorbei. Genau. Wir werden noch eine Woche weiterhin einnehmen und das Ganze dann gemeinsam verabschieden. Wir werden das auf Social Media posten. Wir werden euch allen Bescheid sagen, was dann der finale Stand tatsächlich ist. Es ist mal wieder einfach richtig geil, was Gutes zu tun. Gemeinsam mal abzuschalten von diesem ganzen Corona-Alltag. Einfach gemeinschaftlich etwas Gutes zu erreichen. Wir können ganz, ganz stolz auf uns sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit am Start wart. Einfach ein schöner Tag gewesen. Ich freue mich jetzt, dass wir es gut zum Abschluss bringen könnten. Damit bin ich raus. Das war's. Jungs, ich wünsche euch was. Macht's gut. Danke für die Orga. Tschüss. 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 Tschüss.